Ein herzliches Willkommen zur Saison 2021-2022, zum ersten Freundschaftsspiel von Borussia Dortmund. Und ich erlebe gerade etwas, wo ich mich so sehr nachgesehnt habe. Ich sitze inmitten von Fans und das erste Freundschaftsspiel findet statt hier beim FC Gießen. Ibrahim Mojici. Oder wie wird der richtig ausgesprochen worden? Ibrahim Mojici? Ibrahimai, Ball rein. Und der Marco Reus hätte fast sein erstes Tor gemacht, aber das wäre ein Eigentor. Freistoß. Ibrahim Mojici. Zweite nicht ungefährliche Szene vor dem Tor von Marvin Hitz. Schulz, Brandt. Brandt, ja, jetzt. Und Knauf. Und dann geht er an den Roten vorbei. Ansgar Knauf erzielt um 19.10 Uhr das erste Tor der Saison in der 34. Spielminute. Julian Brandt, linke Seite ist frei für Nico Schulz. Komm, jetzt den Ball reinbringen. Am ersten vorbei. Nochmal zurückgelegt. Tickes. Schuss von Modahut und der geht neben den Kasten. Das war mal ein richtig guter Angriff, Boris. Ja. Modahut aus 18 Metern über das Tor des FC Gießen. Brandt. Brandt. Da Hut. Tickes. Steffen Tickes. Das war aber jetzt richtig, 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 richtig gut. Ball an und mitnahme ganz oben aus dem Regal von unserer, ich meine 27. Ja, Steffen Tickes. Slow-Mos und danach ein schönes Halbzeitprogramm. Der lange Ball, schön auf die Rechte. Makrekis, jetzt bring ihn in die Mitte. Nochmal zurückgelegt. Boah, Schuss aufs Tor. Und der geht drüber. Oh, Tobi schießt übers Tor, aber das machen sie richtig gut, die Jungs. Mit richtig Schwung kommen sie aus der Halbzeit. Tobi Raschl, der ja in seinem ersten Profijahr dann am letzten Spieltag gegen Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt feiern durfte. Dann aber in der vergangenen Saison gar keine Rolle mehr gespielt hat. Tatschi. Und der Torwart. Oh, schöner Schuss von Emmanuel Ferreira. Klasse Schuss, zieht ab, geht links unten vorbei, ist toll. Ah, Berkanthals. Und, ah, will es erzwingen. Schade. Ah, da wollten sie den Ball durchrutschen lassen. Ball kommt in die Spitze. Und die Neuen macht wirklich alles richtig, hört es durch. Das Einzige, was er nicht richtig macht, ist, er trifft das Tor nicht. So, jetzt ist wieder. Berkanthals versucht zwei. Der scheint aber trotzdem Freistöße schießen zu können. Ja, der kommt auf den Torwart. Und da ist er drin. Fahne oben. Kein Treffer. Richmond Tatschi war im Abseits. Diesen nochmal über die rechte Seite. Klasse von Luca Umbau. Ja, oder? So, da hat es nochmal. Links Raschl. Fahne. Wow. Richtig gut. Ballmitnahme, perfekt. Schuss aufs Tor. Klasse. Das ist es gewesen. Erster Auswärtssieg im Jahr. Hat stattgefunden in Gießen. 2 zu 0 hat der BVB im Freundschaftsspiel. gegen den FC Gießen gewonnen mit Zuschauern. Es war ein wunderbares Spiel mit den Gießenern. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke für eure Gastfreundschaft.